Jetzt zum Abschluss des Jahres das große Gemälde beim Projekt 159 fertiggestellt zu haben, ist ein tolles Gefühl. Es war bisher ein Wahnsinnsprojekt, was wir gemeinsam mit der Volksbank Mittelhessen, dem Asiekturbüro Ablussen und unserem Team umsetzen durften und für uns ist das Projekt merklich mehr als nur ein Wandgemälde. Es ist eine Gemeinschaftssymbiose aus einer Bank von Menschen für Menschen, uns als Kollektiv und einem geschaffenen Kunstwerden.